Das ist für mich kein Graf mehr. Also 3.30 Uhr ist das lange Sofa. Das Möbelhaus. Ah, seht ihr es? Ich hab sogar den Koran zu Hause. Was, welches Bücher gegangen meinst du? Das ist der King. Wenn es um Wirtschaftsphilosophie geht. Zeck, ich muss natürlich raus und trete hier den Film durch. Komm raus. Wie ist das meine große Möhre, die da hat? Oh, süß! Ich komme jetzt hoch und messe. Das Bett ist... Achtung. 2.30 Uhr. 2.30 Uhr. 2.30 Uhr. Jetzt messen wir die Breite noch schnell ab. Easy. So 2.10 Uhr. 2.10 Uhr. Was denkst du? 2.10 Uhr. Haben wir noch viel Platz nachher? Das werden wir jetzt schauen. Wir messen hier schnell unsere Sachen, die wir mitnehmen ins neue Haus. Und nachher gehen wir ins neue Haus und messen dort alles aus. Das ist der Gameplan. Ich fahre das übelst, wenn ihr in einem Tesla sitzt oder einem Pferd und es kommt euch ein anderer Tesla Fahrer entgegen, der grüßt euch hin und ich grüße dann natürlich auch. Das ist jetzt so wie ein Deal, dass man sich gegenseitig grüßt. Und ich fahre das, weil es gibt so ein gutes Gefühl. Das ist bei der Harley Davidson Fahrer oder bei den Buschauffeuren. Die grüßen sich ja auch alle gegenseitig. Und es gibt so eine Verbindung, ein Vertrauen. Und mir ist aufgefallen, dass das bei ProBroware nicht anders ist. Die Leute, die Klamotten tragen, die sehen sich auf dem anderen Ende der Welt. Oder im Gym oder auf der Straße. Die grüßen sich. Die kommen ins Gespräch. Und genau um das geht es. Um diese Verbindung. Um diese Connection von People. Um dieses Vertrauen, das durch das geschaffen wird. Das gibt einfach ein geiles Gefühl. Das ist einfach geil. Und unten ist schon zu. Aber wir kommen jetzt hier rein. Guck. Also 3,30 Meter ist das lange, das Sofa. Also das längste. Das sind zwei. Und ungefähr bis dahin. Oha, du warst dran, ne? Mhm. Aber ich würde das niemals machen. Das ist so groß. Sag mal. Sag mal. Und hier sehen wir das untere Bad. Da hätte ich schon ein bisschen was gemacht. Hier seht ihr mal den Stein. Da kommt die Sauna hin. Die Spüle ist schon da. Ja. Ja. Jetzt sind wir oben. Ja, jetzt sind wir oben. Was richtig nice ist, ist, wir werden bis zum Abend Sonne haben. Schau mal, das ist die obere Terrasse. Bei der Sonne. Und der Plan ist der, dass wir ein Power Rack unten da installieren. Wo wir Back Squats machen können und so. Am 15. soll Einzug sein. Naja. Ich hoffe, die werden bis dann fertig. Sieht nicht gerade so aus, wie wenn die fertig werden. Julia meinte gerade, du gehst jetzt nicht duschen. Weil wir eh jetzt gerade ins Training gehen. Habe ich gesagt, doch. Ich dusche jeden Morgen eiskalt immer noch. Das sind Thai und Perfect Body System. Ihr nehmt Pelten und wäre ganz anders warm. Es ist wirklich eiskalt. Ich weiß nicht, wie viel klar das ist. Aber, schau mal. Es ist riesig. Und macht das einfach mal für einen ganzen Monat. Und dann schaut, was es euch für einen Benefit gibt. Schau mal, was ich hier noch für alte Sachen habe. Oh, Yoga. Der ist geil. Wie lang die 300 verdammten Reichsten. Aber das finde ich cool. Und Moskau ist auch eine geile Stadt. Das war aber 2005 oder so, wo ich in Moskau war. Das ist schon lange her. Und das schreibt man da. Flex-Magazin. Da habe ich noch Jens, der andere Bücher hier. Der ist auch krass. Oh, der ist auch krass. Kennst du den, Baby? Ja. Arthur, ja noch. Der neue Urschrei? Ja, der hat eine krasse Theorie. Das geht deep, deep in die Psychologie. Hier? Ja, das ist easy. Das ist okay. Das haben wir hier noch. Hey, die Bibel. Also, ne, ah, Bibel. Leuchtvoll. Habe ich bekommen, als ich konfirmiert wurde. Weil ich wurde ja konfirmiert. Viele Leute fragen mich immer, was ich für ein Glaube hätte. Ich wurde ursprünglich konfirmiert und war reformiert. Ich bin aber aus der Kirche ausgetreten. So, ja, das ist auch ein gutes Buch. Coach dich selbst, sondern coach dich keiner. Echt ein gutes Buch. Was habe ich denn hier noch? Ja, das ist, das ist, das ist, das ist auch krass. Das können nicht alle lesen, solche Sachen. Weißt du, Baby? Weißt du, was ich meine? Die Leute denken, wow. Stehst du? Es gibt viele Leute, die noch nicht so weit sind, um solche Sachen zu lesen. Ja, das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Warte, was haben wir hier noch? Tier. Ah, seht ihr es? Ah, seht ihr es? Ich habe sogar den Koran zu Hause. Und nein, ich habe ihn nicht komplett gelesen. Aber ich habe ein bisschen gelesen und ich kenne mich ein bisschen aus mit dem Islam. Was haben wir hier noch? Ey, das, 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 das ist gut. Die Leute fragen mich immer, was ich für Bücher empfehle. Das ist ein hartes, hartes Buch. Nassim Nikolas Taleb. Das ist der King. Wenn es um Wirtschaftsphilosophie geht, müsst ihr euch reinziehen, aber ist auch schwierig zu verstehen. Also ich habe auch nicht alles verstanden. Ich denke, da musst du Wirtschaft studieren und Philosophie studieren, dass du wirklich komplett alles verstehst. Aber du kannst ja immer nachschauen gehen, wenn ihr irgendwas nicht versteht. Und dann habt... Geschenke. Oder würde ich sagen, noch eingepackt. Auf jeden Fall. Und dann seid ihr auch ein bisschen im Game. Aber das sind nicht alle Bücher, die ich habe. Es ist nur ein kleiner Teil. Vieles habe ich ja auch online bei Audible. Ich empfehle euch, das App runterzuladen Audible. Weil, sind wir ehrlich, wir alle machen Sport. Und es ist cool, Musik zu hören. Aber ich finde es auch cool, sich manchmal weiterzubilden oder über gewisse Themen sich Gedanken zu machen. Und das während des Trainings. Das heißt, wir können die Zeit optimal nutzen. Julia würde am liebsten schon alles jetzt packen. Und die würde schon am liebsten hier das einordnen für den Umzug. Stell euch vor, seit drei Monaten sagt sie mir, ich soll meinen Schrank ausmissen. Ich habe ihr gesagt, schaut mal, das mache ich eine Woche bevor Umzugsteam da ist. Das ist geil. Da waren wir in L.A. am Lamborghini-Rennen. Hey, meine Frisur. Oh, mein Bad. Ich hatte da noch Bad. Das war die Kriste. Ja, genau. Das hatten wir übrigens auch von Chris, von Dollar Beer Club. Beim neuen Haus werde ich dann sicher die hier da vermissen. Die Kühe. Die kommen einfach ab und zu hier. Das hier. Den. Den zu transportieren. Und den Umzug zu machen. Das wird, das wird ein Fick. Das ist so schwer, das Teil. Schau mal wie groß. Das, das wird ein richtig harte, harte Fick. Check, vamos. Checky. Checky. Ich muss wieder mal mein Auto waschen und Checky muss natürlich raus. Sonst dreht er hier den Film durch. Komm raus. Hopp. Wir fahren nachher in ein Möbelhaus. Wo wir einen Tisch anschauen gehen. Hey, das ist irgendwie eine große Möhre, die da hat. Oh, tschüss. Aber in Zeiten müssen wir eine gemeinsame Brände finden. Und auch, wie unsere sozialen Netzwerke mit dem, was wir und ich machen. In Mielmoly haben wir das Glück, ...züber aufladen können. Alle sind hier schon fast voll. Aber, das müssen wir schon ausnutzen. Check. Wir waren jetzt lecker was essen. Und jetzt beim Vorbeilaufen in Zürich haben wir so einen richtig krassen Laden gesehen. Mit einem brutalen Bett. Das ist so ein Bett wie ihr im Aria habt. Im Aria Hotel in Las Vegas. Da lege ich euch rein und ihr denkt ihr fliegt. Da sind wir. Tisch und Lampe brauchen wir hier. Die Uhr fürs Büro. Die Uhr fürs Büro. Mhm. Ja. Ich wollte unbedingt eine Weltkarte. Die haben schon einen speziellen Stil hier. Kennt ihr das? Ja. Wo ist das? Da waren wir auch. Ja, in Guilin. Ja, in Guilin. Das ist Guilin. Check den China-Vlog ab. Da waren wir. Boah, hier ist wieder ein anderer Stil. Schau mal hier den Stil. Ich finde das immer mega, mega schwer. Eine Wohnung oder ein Haus einzurichten. Da muss man das Auge haben. Schau mal hier den Tisch. Aber muss auch passen. Da muss alles gleich sein. Mit den Bildern. Den Tisch hier. So, Manni. Was machen die da? Das ist nicht so lustig. Das wird aber auch rein. Schön? Zum Lesen. Das ist cool, oder? Ja. Oder brauchst du was für die Beine, gell? Sonst klappt das da ein, oder? Ne, sowas brauchen wir nicht. Wir holen uns nur, was wir brauchen. Sonst kannst du dich zu Tode kaufen hier. Ja, das ist das so. Und das ist nur ein Möbelhaus. Das ist das so. Aber das ist ein sehr spezielles Möbelhaus. Ja, weil der Stil ist halt nice, gell? Ja. Schau mal, was wir mit dem Löwen hier. Das ist auch nice. Oh, ja. Das ist wirklich richtig, denn hier. Hey, babe. Ich dreh durch. Schau das Mathe davon. Ich dreh durch. Wir konnten es nicht mal durchmachen. Wir konnten es nicht mal machen. Nächstes Jahr, 2008, ist es hart im Kalender. Nächstes Jahr nehmen wir uns auch genug Zeit, dass wir es wirklich schaffen, weil es gibt circa ein Zeitfenster von drei Monaten. Jackie holt sich überall Lieder ab. Ja, wenn sie zwei bleiben. Was, welches Bücher egal meinst du? Hart. Zeit. Das da. Das da. Mit unserem Boden. Das beißt sich mit unserem Boden. Wir haben nichts gefunden. Und gehen jetzt mal weiter ins nächste Möbelhaus. Wie gesagt, wir brauchen noch einen Tisch. Und eine geile Lampe über dem Tisch. Das ist Prio 1. Shit. Wie findet ihr die Lampe hier? Haben die zu, ha? Ich glaub nicht Haus.ch. Ich hasse umziehen. Ja. Wir fragen uns gerade, ob wir den hier noch nehmen. Weil wir brauchen Stauraum für mein Büro. Wir gehen jetzt weiter zum Möbelpiste. Dadurch haben wir noch nichts geholt. Möbelpiste ist gerade nebenan. Ihr müsst ja auch vergleichen. Weil da gibt's krasse Qualitäts- und Preisunterschiede. Wo willst du denn zuerst rein? Nein. Nein, hier. Können wir gerade hin. Also. Ich muss einfach alles. Ja, ja. Das sind nur Marketing-Gags. Das sind Marketing-Gags. Wie ist das? Wie ist das? Es ist echt schwierig. Es ist vor allem auch schwierig, weil wir die Wohnung noch gar nicht gesehen haben. Wie alles ausschaut fix und fertig. Ich. Hahaha. Der gefällt dir. Du. 7400. Naja, der gefällt mir nicht mal. Für 7409. So ein Tisch. Finde ich nicht mal schön. Wir haben vielleicht einen. Sie haben jetzt gerade zugemacht. Aber ich glaube, das könnte er sein. Vielleicht. Vielleicht. Wir kommen noch mal. Wir müssen ja eh, wenn wir das Muster haben. Ja, genau. Wir müssen dann abchecken, welches Holz passt. Ja, hier haben wir es noch mal im Tageslicht. Das Unteres Dorf ist es. Das ist es. Jetzt wird rausgestärkt werden. Mit unserem Paket würde es auch das passen. Das nicht. Nein. Oder den. Das würde auch sehr gut passen. So in die Richtung. So wie es ausschaut, nehmen wir wahrscheinlich den Tisch. Ist noch nicht ganz sicher. Müssen wir jetzt abchecken, ob das auch mit dem Boden passt. Und so wie es ausschaut, werden wir wahrscheinlich dieses geile Bett nehmen. Weil Schlaf ist etwas so wichtiges. Und ich finde, das ist etwas, wo ihr nicht sparen solltet. Wo ihr auch wirklich mal ein bisschen Geld investieren könnt. Weil ihr investiert in euch. Wir haben jetzt noch das Glück, dass wir nicht alles neu kaufen müssen. Könnten wir natürlich. Aber wir haben gesagt, für was? Oder? Für was? Wir kaufen wirklich nur noch Sachen, die wir auch wirklich brauchen. Und wenn ihr jetzt umzieht oder irgendwie ein Haus kauft oder eine Wohnung kauft, dann müsst ihr auch immer damit rechnen, dass ihr Geld auf die Seite legen müsst, um das Ganze einzurichten. Und je grösser das Haus, desto mehr Einrichtungsmaterial braucht ihr. Das sind solche Sachen, wo man einfach dran denken muss. Schönen guten Sonntag meine Freunde. So sieht bei uns ein Sonntagmorgen aus. Hier wird frischer Kaffee gemacht. Hier wird der zweite frisch gemahlen für mich. Frische Azuki-Bohnen sind hier gemacht worden. Ganz frisch. Die müssen wir aber noch kochen. Schön aufgießen hier. Das ist die Kaffee-Kultur. So. All right. Ich hoffe, der kurze Einblick hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Sonntag und eine schöne tolle Woche. Wir sehen uns im nächsten Vlog. Kiss, kiss. Bang, bang.